Wenn du so auf 3 sagen willst, na, übrigens Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist, sag ich einfach mal so über Talos zurück zu Civilization 5. Ja. Wir machen Minus. Ich mach Plus. Plus 3. Was hab ich denn noch so, was mir Plus geben kann, die Schmiede? Machst du gerade Burg Himiji? Nein. Hm, noch mehr Gebäude können nur noch mehr unter... Sicher, dass du nicht Burg Himiji machst? Sag mal her, was mach ich gerade? Ach, was ist... Ja, doch, ich mach Bokimeji. Dann mach ich ne Werkstatt. Nächste Runde. Bokimeji. Danke, dass du mich drauf aufmerksam hast. Der Markt, die Bibliothek. Ich will gebildeter Mann sein. Okay, ich baue ne Stadt, sonst fällt mir jetzt gerade keine Möglichkeit an, wie ich an Geld kommen kann. Du kannst auch noch Prostitution versuchen. Ach, nein. Ich hab ne bessere Idee. Ich brauch doch noch Protestanten. Protestanten. Wow, das hat jetzt sehr viel gebracht. Denkst du jetzt gerade über den Witz nach? Was? Welcher Witz? Den ich gerade gebracht hab. Du hast nen Witz gebracht? Nein, das war kein Witz. Na gut. Was habt ihr eigentlich für nen Unterhalt, keine Ahnung. Ach Junge, warum ist das denn jetzt so weh? Ach, das ist das erste Mal, dass ich in diesem Spiel Minus mache. Nun ja, ich kann dir eins sagen. Ich verdiene meinen Unterhalt nicht durch Prostitution. Ja, aber ich will nicht zu Ihnen. Gar nicht. Aber sie ist immer, man kann auch Erfolg haben, wenn man kein Geld hat. Ach, ich brauche mehr Handelswege. Du Protestation. Du wartest jetzt die ganze Zeit, wenn ich hier irgendwann mache. Heust dich denn schon auf Weihnachten? Nein. Du kommst so oft, weil ich sie hatten, Weihnachtsliedslinge. Finde ich voll scheiße, ne? Na warum? Keine Ahnung. Weil ich Geld krieg. Oh nein, ja, das krieg ich auch. Einheit modernisieren. Jetzt haben wir einen Ritter. Nein, nicht die Ritter. Und wo habt ihr einen Reiter? Du hast jetzt erst Ritter? Nein. Ich hab den nur weiterentwickelt in Ritter. Ja eben, aber du hast jetzt erst einen Ritter? Guck mal, neben deiner Stadt steht schon einer von mir. Sicher. Du siehst hier. Ich hab jetzt schon... Der, der jetzt gerade durch dein Gebiet reitet. Du weißt aber schon, dass ich richtig viele Ritter hab, ne? Eigentlich. Okay. Ich soll dir ein Gold geben, oder willst du mir ein Gold geben? Ich geb dir ein Gold. Sicher? Sicher. Ne, warte, das verändere ich. Ich will mindestens sieben Gold. Okay. Boah, das ist noch eine Stadt, die nicht am Handelsnetzwerk angeschlossen ist. Ah, was ist das? Was ist denn? Ach, jetzt steht doch dieser... Geh ich halt so da hin. Lissabon hat irgendein Projekt abgeschlossen. Schön für dich. Ja, ich kann mir was kaufen. Was willst du? Ach du, das war doch grad da. Wer braucht Befehle? Du brauchst Befehle. Was ist da? Nächster baust du da einen Bauernhof. Und du, du baust... Was ist denn da gerade ein Handelsfest? Du bist voll der Zirkus Maximus. Oh ja. Ach, bauen wir da ein Sägewerk. Was haben wir denn sonst noch so? Ihr da. Ja, ihr habt grad nichts besseres zu tun. Kundet einfach mal eine Runde. Und ihr... Ihr verstands euch da. So, das kann ich übrigens mal... Ernsthaft? Was? Habe ich jetzt erst registriert, dass du mir gegen ein Gebot gemacht hast. Mindestens sieben, Freundchen. Pass auf. Wir können uns auf folgende Sache einnehmen. Hm. 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 Ich kann's nicht lesen. So. Alter, niemals. Wir haben uns schon vier Minuten vertreten, dass wir irgendwas gemacht haben. Schieß sie nieder. Auf wen schießt du? Ach, so ein paar Piquiniere von Barbaren. Barbaren? Ja, und ich sag mal, Mini und Man sind dagegen ziemlich okay. Wollen wir bald mal eine andere Zivilisation angreifen? Wem? Keine Ahnung, irgendeine schlechte? Kann ich hier die diplomatischen Beziehungen mehr ansehen? Hier, Montezuma ist grad schlecht. Ja. Sag mal kurz, sprechen, was haltet ihr von... von einem Krieg? Ne, früher konnte man immer noch mit den Fragen, was er von den Leuten hielt. Dadurch wüsste man dann, was, also zum Beispiel, ob er mit jemandem befreundet ist. Das war dann schon recht nützlich, ich sag mal. Es ist irgendwie nicht gerade das Einfachste, jemanden gegen seinen besten Freund aufzuwiegeln. Weil, das Problem ist halt, wenn wir jetzt mit Montezuma, das ist jetzt Montezuma, glaube ich, oder Teotihuacan. Der Typ, der einfach... Ernsthaft, seine erste Stadt heißt Tenochitlan, das kannte ich, aber die zweite heißt dann Teotihuacan. Was haben die so mit den Namen, die mit T-E anfangen? Was für ein Hitler? Teotihuacan? Nein, das ist ja deine Stadt mit deinem Narzissmus. Wo ist denn der Montezuma? Äh, Südküste vom Kontinent links neben uns. Ach, da unten. Ach ja. Also von mir aus gerne, ich habe nämlich gerade viel zu viele Unterhaltskosten, dann werde ich wenigstens ein paar Einheiten los. Klingt fies, ist aber so. Ach, deswegen verliere ich so viel Geld. Okay, ich habe schon ein bisschen Boote in seiner Nähe. Ja, ich habe gerade so ein paar Tage. Ja, er hat nur zwei Dörfer, würde ich mal sagen, oder? Oh, Tenochitlan, nicht Tenochitlan. Mir fällt gerade auf, ich blockiere hier gerade so eine Einfahrt. So ein schlechter Parker. Ja. So ein schlechter Peter. Das ist ein schlechter Peter Parker. Ah, kannst du gar nicht. Wann greifen wir die an? Fehlt weder. Jetzt doch noch nicht. Ich bin noch nicht, also ich bin gerade noch nicht so weit. Ja, ich stelle mich hier nur vor, die jetzt gerade. Ah, du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht durch. Möchte ich mir noch den ein oder anderen Freibolter kaufen. Zulistien zufügen. Kuf. Eins, zwei. So. Oh, da fällt schon mal gerade so nebenbei ein. Ich wollte mir den hier ja kaufen. Boah, wie ich einfach kein Geld kriege. Einheitbündel, ich befehle. Du bekommst. Ich habe richtig viele Trierern gemacht, aber ich glaube, die sind nicht sehr stark, oder? Na, es geht. Ich würde gerne einen Siedler haben. Na, Trierern sind alles andere als stark. Du kaufst mir jetzt mal die Entermannschaft. Ach, aber es geht so. Ich drehe erst mal jetzt die Entermannschaft. So. Freibeuter. Früher kann man mit dem Freibeuter einen Handelswege blockieren. Das wird ziemlich cool. Ich habe auch Galeassen, wenn du willst. Nee, nee, ich habe Fregatten. Ich habe auch noch Typen, die auf dem Wasser laufen können. Das ist zum Beispiel Jesus. Du hast Jesus? Ja, sehr. Hast du keinen Jesus? Nee. Ach, Gold ist halt einfach. Plötzlich mache ich wieder 31 plus pro Runde. Was laufen denn heute zu mir rüber? Welche? Ihr seht am Zug. Ich bin am Zug und kann einfach mal nächste Runde drücken. Okay. Ja, ich sage denen, sie sollen eine Straße nach Honolulu bauen. Hallo. Haben die doch schon. Oder nicht? Die Straße ist mir nicht angezeigt. Was leckt das hier? Unten bei Honolulu ist doch schon eine Straße hin. Bist du dort unten hin? Ja, das habe ich noch nicht gesehen. Ich kann eine Universität von Oxford bauen. Ja, kann ich die auch bauen? Ich glaube schon. Produktion ändern. Du altes Oxford. Universität. Nein, da fehlt mir noch eine. Ach, in Boston habe ich keine Universität. Okay. Ach, dann bauen wir erst mal. So, den machen wir jetzt. Benata. Bank. 25% mehr Gold. Ja, das ist das, was ich gerade brauche. Produktion wählen. In Boston baust du mir dann jetzt am besten erst mal so den Markt. Oh, Observatorium. So, ich habe hier eine Galeasse, die gut gegen Land einhalten ist. Mhm. So, hier, der Mossmagaten. Hüpp, hüpp, hüpp. Ich würde mal gerne wissen, wo ich hier Gold habe. Wo ich überhaupt mal Gold Zeugs hier kriegen kann. So, Bokeh-Metsche wurde vollendert. Immer G. Wir können Level aufsteigen. Nachdem ich einfach den hier. So, was ist hier? Weg zum Ziel wurde unterbrochen. Ja. Wichsen zum Ziel? Nein. Weg zum Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ach. Kannst du bitte... Hast du was gegen den Weg... Der Weg ist das Ziel? Nein, habe ich nicht. Techno-Titlan? Aber gegen dich ab was. Was? Gegen dich ab was? Ja. Techno-Titlan. So, in der Straße hinein bin ich. Viele werden noch Sägewerk. Wärts bis jetzt noch ihr, ihr. Ihr geht mal nach dort. Ich schicke ein paar Trierern rüber nach Techno-Titlan. Ich weiß nicht, ob das klappen wird. Aber ich probiere es einfach mal. Den habe ich schon gehabt. Ach, ich bin jetzt befreundet mit Jerusalem. Einfach gar nicht, dass ich da ständig irgendwelche Barbaren abknalle. Cool. So kann man sich auch fragen. Was bist du? Was? Honolulu ist eine andere Religion. Du scheiß Honolulu. Das musst du übrigens auch gelandet werden. Welche Stadt seid ihr denn gerade? Würde ich gerne mal wissen. Ah, die ist gut. Ach. Ich habe gar nicht genug Gold. Und Valetta, was willst du von mir? Was habe ich da geschrieben? Schließen. Äh. So. Er hat gerade absolut kein Anhänger von meiner Reisung. Schade. Jetzt hat es den richtigen Namen. Oh Gott, warum nimmst du deine Städte immer so gescheuert? Die müssen einen eigenen, wie sagt man, äh, Stil haben. Und die müssen von, äh, Inhalt her sehr gut hier rauf passen. Wie nennt man denn schon bitte eine Stadt? Bin doch nicht bescheuert. Nenn doch mal eine Stadt nicht Reis. Kannst du das mal? Erstmal voll die Reiser beleidigen. Woher nicht Reis? In der Nähe von meinem, äh, Dorf. Ach so. Aber ich sage es jetzt nicht. In der Nähe von meiner Stadt liegt gar nichts. Okay, außer das Ruhrgebiet. Ihr wisst ja alle, das ist mein Dorf. Das gehört allein mir. Natürlich. Die Stadt Oberschenkel ist bereit für ein neues Bauprojekt. Jetzt wird wieder in den Oberschenkel gespuckt. Wo ist das Säge? Die Entsorgung ist halt mehr, 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 mehr. Oh cool. Ey, jetzt wird wieder in den Oberschenkel gespuckt. Warum gebt ihr mir ein Musket hier? Ich habe viel bessere Sachen. Ach, über Oberschenkel wunderst du dich nicht. Nö. Ach. Bleib da einfach eine Weile auf Bereitschaft. Und du, du hast gerade nichts Besseres zu tun, oder? Dann brauchst du mir halt eine Straße nach dort. Ein großer Prophet. Und wer kann hier wehen? Ach, er ist schon weg. Großer Prophet geht jetzt auf nach Käsepimmel. Ein Pikiniere. Ey, Moment mal. Ne, das sind meine. Doch. Nein, das sind die Pikiniere, das sind die Minutemen. Warum habe ich gerade die Namen verwechselt? Da kann ich zum Beispiel noch in der gleichen... Nein, da kann ich in der gleichen Rune. Schade. Und dabei haben sie schon diesen... Ups, jetzt habe ich ihn doch bewegt. Okay. Nächste Runde. Alles Tolle ist mit dir. Ich kann mir so viel Zeit lassen, wie ich möchte. Am Ende bin ich so trotzdem noch vor dir fertig. Ja, ich habe richtig viele Einheiten. Das ist der Eisenvorkomm. Was? Ach, hier liegt ein Eisenvorkomm einfach mal so mitten im Wasser. Ohne irgendwas. Darum einfach nur ein Sechseck mit Eisen rauf. Ach, bist du da auch gerade? Dort oben? Das ist da unten, aber okay. Nö, bei mir oben ist auch so ein Teil. Ja, da gibt es offenbar häufiger. Dort liegt Eisen, dort liegt Eisen. Habe ich hier nirgendwo anders mehr Eisen dort oben? Oh, nicht gerade wenigstens. Übrigens, ich habe zu diesem Zeitpunkt jetzt... Pssst. GameDev Tycoon fertig geredet, ne? Und dafür brauche ich wieder ein neues LP jetzt. Was wollt ihr als nächstes erforschen? Eine Druckerpresse. Deine Mutter. Ich erforsche jetzt deine Mutter. Egal wie der passt oder nicht. Wann habe ich denn ein Barbarenlager für Valetta zerstört? Da waren Reiter von mir? Okay, ich habe ein Barbarenlager zerstört. Waren auch nicht. Ganz ohne dein Wissen. Ja. Wie macht ihr das nur? Magie. Magie. Ja, war die Suppenfürze. Suppenfürze? Nein, Suppenfürze. Was hast du denn gegessen? Heute. Äh, was war das überhaupt? Irgendwas mit Graupen, Porree und Hackfleisch. Graupensuppe, lecker. Nein, es war keine Graupensuppe. Es war irgendwas mit Graupen. Ihr geht scheiße. So knusprig. Ha, ich habe zugeparkt. Ha, ha. Ich habe den einfach mal in seiner Bucht zugeparkt. Mit meiner Trire. Hallo, schau dir mal kurz an, wo meine Fregatte steht. Die steht hier einfach mal in einer kompletten Einfahrt nach... Naja. Ich bin richtig fisch, dieser Typ. Eigentlich nur nach Bagdad. Bagdad. Aber ich habe eine komplette Bucht zugeparkt. Ey, du, Bagdad. Ja, jetzt Bagdad, endlich. Ich warte schon die ganze Zeit auf meine Brötchen. Bagd die endlich. Wie lange wird das Projekt eigentlich immer machen, von der Zeit her? Das hier? Ja. Nach Möglichkeit 15 Minuten, die wir jetzt bereits erreicht haben. Deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüüü. Na, danke. Auf euch den Schatz zu den Bananen.